Wie alt ist denn die, die Doktor? Exen. Ein Enker. Ein Enker. Ein Enker? Ja. Stell dir vor, so schaust du gar nicht an. Ja, aber ich bin schon alt. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Und wie alt sind die? Einer wird 25 und die andere wird 22. Und sind die Nachfolger? Wir? Nein. Nein, nein. Das ist interessiert. Oh ja. Der Bursch auch aber. Der kann sich sein Leben selber machen. Ich verkaufe das in den nächsten 4 Jahren. Und bringt mir das auch? Hoffentlich. Weiß die Themen, wo die unser Kleiner bei dir hat? Ja. Der ihre Eltern haben ein Restaurant an der Hauptstraße. Oder Familien? Also Familienrestaurant wollen das verkaufen. Weiß ich.